In diesem Video richten wir eine Upcam mit der App Upcam Quick Connect ein. Die Vorgehensweise ist bei allen Upcams sowie bei allen iPhones gleich. Bitte stellen Sie zu nicht sicher, dass Ihre Upcam im Netzwerk eingebunden ist. Wenn Sie einen Router haben, der die WPS-Funktion unterstützt, drücken Sie einfach auf Ihrem Router die WPS-Taste und anschließend die WPS-Taste auf Ihrer Upcam, die so ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie einen Router haben, der diese WPS-Funktion nicht unterstützt, dann nehmen Sie einfach das beigefügte LAN-Kabel und verbinden Ihre Upcam mit Ihrem Router. Nachträglich können wir über die App das WLAN aktivieren. Die App Upcam Quick Connect können Sie sich einfach in Ihrem Appstore downloaden und wie gewohnt öffnen. Um die Kamera jetzt hinzuzufügen, stellen Sie am besten sicher, dass Ihr Handy sich im gleichen Netzwerk wie die Upcam befindet, denn somit können wir einfach auf das Pluszeichen gehen und uns wird dann automatisch jede Kamera angezeigt, die sich im Netzwerk befindet. Dann können wir uns hier eine Kamera auswählen und können hier das Passwort eingeben. Falls in der Liste keine Kamera angezeigt werden sollte, können Sie hier auf den Aktualisieren-Pfeil gehen und die Liste wird nochmal aktualisiert. Falls dann immer noch keine Kamera angezeigt werden sollte, gehen Sie bitte nochmal sicher, dass die Kamera entweder mit dem WPS-Knopf ins WLAN eingebunden worden ist oder dass die Kamera im LAN eingebunden ist mit dem LAN-Kabel. Wenn Sie sichergestellt haben, dass Ihre Upcam im Netzwerk eingebunden ist, können Sie auch alternativ mit dem QR-Code-Reader die Upcam abscannen. Dazu nehmen Sie dann einfach Ihr Handy, gehen über diesen QR-Code und es geht ganz schnell und schon wurde die OID übernommen. Sie können also dann hier einen Namen vergeben. Ich nenne diese natürlich Upcam. Und danach können Sie direkt das Passwort eingeben, welches von den Werkseinstellungen her Admin ist. Dann auf Fertig und Abspeichern. Die Upcam wurde jetzt erfolgreich hinzugefügt und wir bestätigen. Die Upcam wird dann hier in der Liste angezeigt und somit können wir in die Live-Ansicht gehen. Das dauert einen kleinen Moment beim ersten Aktivieren, aber da haben wir dann schon direkt unsere Live-Ansicht. Über die App haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Kamera zu steuern. Und zwar von oben nach unten, links oder rechts. Hier unten haben Sie die Audio-Funktion, und zwar einmal zum Sprechen und zum Zuhören. Wenn Sie mal im mobilen Internet unterwegs sind, können Sie einfach die Auflösung ein bisschen niedriger schalten, damit das Live-Bild auch flüssiger übertragen wird. Und falls Sie die Upcam-Kopf übermontieren, finden Sie hier die Möglichkeit, das Bild zu drehen oder zu spiegeln. Falls Ihr Live-Bild mal einfrieren sollte, können Sie einfach hier oben rechts auf den Aktualisieren-Pfeil gehen und dadurch wird dann das Bild neu geladen. Nun zeige ich Ihnen nochmal die erweiterten Einstellungen. Die finden Sie hier auf dem I. Gehen also auf erweiterte Einstellungen und haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel das Passwort zu ändern. Das geht ganz einfach. Einmal ein altes Passwort eingeben, das neue Passwort eingeben und dies dann nochmal bestätigen. Hier finden wir auch die Aktivierung fürs WLAN. Das funktioniert folgendermaßen. Da Ihr Handy ja im WLAN eingebunden ist, zeigt es hier auch direkt die Liste an mit Ihren Netzwerken. Dann wählen Sie Ihr Netzwerk aus und können hier Ihr Passwort eingeben, also den Netzwerkschlüssel. Und wenn Sie das Passwort dann vollständig eingegeben haben, gehen Sie auf Verbinden. Jetzt kommt direkt die Meldung, es wurde erfolgreich verbunden. Das heißt, Sie können jetzt auch direkt das LAN-Kabel aus der UpCam entfernen und die UpCam wird jetzt im WLAN aktiviert sein. Bitte warten Sie jetzt eine Minute, bis die UpCam sich vollständig im WLAN eingebunden hat und nach dieser Minute können Sie dann auch wieder in die Live-Ansicht der UpCam. Das kann ein bisschen dauern, aber wir müssten gleich schon wieder das Live-Bild haben und da ist es auch so. Falls das WLAN sich aber nicht über diese App aktivieren lässt, gehen Sie einfach über Ihren PC oder Mac in das Online-Menü der UpCam unter Einstellung, Netzwerk, WLAN. Die App UpCam Quick Connect dient zu schnellen Einrichtungen der UpCam. Allerdings kann es bei dieser App sein, dass der Verbindungsaufbau ein wenig dauert. Das liegt daran, dass die App sich immer wieder neu zur Kamera verbindet. Das hat halt zum Vorteil, dass man unendlich viele Kameras hinzufügen kann. Andere Apps halten die Verbindung zu allen Kameras die ganze Zeit im Hintergrund aufrecht. Das hat allerdings wiederum zufolge, dass man meistens nur maximal vier Kameras gleichzeitig verwalten kann. Und bei dieser App ist die Anzahl der hinzufügbaren Kameras unbegrenzt. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal UpCam IP-Kamera. Um über die neuesten Videos informiert zu werden, klicken Sie auf Abonnieren. Abonnieren. Untertitelung des ZDF, 2020